Haie sind Fische aus der Klasse der Knorpelfische. Es sind weltweit über 500 verschiedene Arten bekannt. Das Wort Hai stammt vom niederländischen HAAI ab. Dieses wiederum kommt vom isländischen Wort Haki, das Haken bedeutet und eine Anlehnung an die hakenförmige Schwanzflosse der Haie ist. Umgangssprachlich werden die Haie oft Haifische genannt. Die meisten Haie fressen Fische und andere größere Meerestiere, der bis zu 14 Meter lange und 12 T-schwere Walhai. Der Riesenhai und der Riesenmaulhai ernähren sich im Wesentlichen von Plankton. Obwohl jährlich nur etwa 5 Menschen in Folge von Haiangriffen sterben, gelten die Tiere gemeinhin als kaltblütige Killer und Menschenfresser. Viele Haiarten sind durch übermäßige Befischung in ihrem Bestand bedroht. Merkmale Äußere Merkmale Haie stellen eine Gruppe von über 500 Arten dar, die sich in ihrer Größe und ihrem Aussehen teilweise erheblich unterscheiden. Als kleinste bekannte Arten der Haie gelten der Zwerglaternenhai und der zylindrische Laternenhai mit nur 16 bis 20 Zentimetern Körperlänge und einem Gewicht von etwa 150 Gramm. Als größte Arten stehen diesen der bis zu 14 Meter lange und 12 Tonnen schwere Walhai und der bis zu 10 Meter lange Riesenhai gegenüber, die sich beide ausschließlich von Plankton ernähren. Unter den fleischfressenden und jagenden Arten stellt der weiße Hai mit einer Maximallänge von bis zu 7 Metern die größte Art dar. Während der ausgestorbene Riesenhai Megalodon wahrscheinlich eine Gesamtlänge von 14 bis maximal 20 Meter erreichte. Etwa die Hälfte aller Haiarten erreicht eine Körperlänge von etwa einem Meter, bei 20% aller Arten liegt diese über 2 Meter. Alle Haiarten haben einen mehr oder weniger ausgeprägten spindelförmigen Körper. Der bei einigen Boden lebenden Gruppen wie beispielsweise den Teppich- und Engelzeihen oder den Sägehaiartigen ähnlich wie bei den Rochenstark, dorssoventral abgeflacht sein kann. Der Körper lässt sich in einen Kopf, einen Rumpf und einen Schwanzbereich unterteilen, die durch spezifische Organe und Flossen gekennzeichnet sind. Im Kopfbereich befinden sich die primären Sinnesorgane wie die Augen, die Nasenlöcher, die Lorenzini-Schen-Ampullen sowie das Maul. Das zur Nahrungsaufnahme dient. Bei den meisten Haiarten ist eine schnauzende Region ausgebildet, die mehr oder weniger spitz zu laufend ist. Bei einigen Arten wie den Ammen- oder Stierkopfhaien ist sie nicht ausgebildet. Bei den Hammerhaien ist der Kopf seitlich sehr stark verlängert, wodurch zwischen den an den jeweiligen Kopfhänden liegenden Augen- und Nasenlöchern ein sehr großer Abstand entsteht. Zwischen dem Auge und den Kiemenspalten liegt das Spritzloch, das der Aufnahme von Atemwasser dient und bei bodenlebenden Arten besonders groß ist. Die eigentlichen Kiemenspalten befinden sich am Übergang vom Kopf zum Rumpf. Die ursprünglichsten Haie, die grauhaiertigen, zu denen der Kragenhai und die Kammzähnehaie gehören, sowie der Sechskiemasegehai haben beiderseits des Körpers jeweils sechs oder sieben offene Kiemenspalten. Bei allen anderen Arten der Haie sind nur noch fünf Kiemenspalten vorhanden. Der Rumpfbereich beginnt mit den paarigen Brustflossen, die in der Regel im Bereich oder hinter der letzten Kiemenspalten ansetzen. An der Bauchseite folgen diesen die ebenfalls paarigen Bauchflossen, die bei den Männchen mit den paarigen Klaspern, den Kopulationsorganen der Haie, verbunden sind. Auf der Rückenseite befinden sich in der Regel zwei hintereinanderliegende und unpaare Rückenflossen, bei denen häufig jeweils ein Rückenflossendorn ausgebildet ist. Bei den meisten Haiearten ist die erste Rückenflosse deutlich größer als die zweite, die meistens im Bereich des Schwanzstiels liegt und bei einzelnen Arten auch fehlen kann. Auf der Bauchseite des Schwanzstiels befindet sich zudem sehr häufig eine unpaare Afterflosse. Schnell schwimmende Haiearten haben zudem seitlich ausgebildete Kiele am Schwanzstiel. Die Schwanzflosse besteht aus einem oberen und einem unteren Flossenlappen, wobei der untere Lobus häufig deutlich kleiner ist als der obere. Dies ist insbesondere bei bodenlebenden Arten wie den Katzenhaien aber auch bei vielen Arten des Freiwassers. Etwa Hammerhaien oder vor allem den Fuchshaien der Fall. Letztere besitzen einen deutlich verlängerten oberen Schwanzlobus, der bei der Jagd eingesetzt wird. Bei schnell schwimmenden Arten wie den Makohaien oder dem weißen Hai ist der Schwanz dagegen fast symmetrisch. Das gesamte Skelet der Haie besteht aus Hyalinem Knorpel, der nur bei größeren und älteren Tieren in einigen Bereichen der Kiefer- und der Wirbelkörperverkalkung aufweist. Der Schädel besteht aus einem Hirnschädel, der das Gehirn enthält. So wie dem Gesichtsschädel, der Knochen sind bei rezenten Knorpelfischen nicht ausgebildet. Der Hirnschädel besteht aus einer einheitlichen Knorpelkapsel, die in verschiedene strukturelle Bereiche unterteilt werden kann. Der vordere Bereich wird durch das Rostrum gebildet, das die Schnauzenform des Hai bildet. Ihm schließen sich die paarigen Nasenkapseln an, die nach ventral geöffnet und dorsal über die interner Seilplatte verbunden sind. Es folgen das Dach der Hirnhöhle, das zwischen der großen vorderen Fontanelle und der hinteren Fossaperiet alles liegt. Die Boden- oder Basalplatte der Hirnkapsel zwischen der interner Seilplatte und dem Hinterhaupt, sowie die beiden Augenhöhlen. Nach hinten wird der Hirnschädel durch die beiden Ohrkapseln mit den Gelenkflächen für das Hyomantibulare sowie die Hinterhauptsregion mit dem Formenmagnum und in dem Übergang zur Wirbelsäule abgeschlossen. Diese Verbindung ist starr und besitzt kein bewegliches Hinterhauptsgelenk zur Vertikalbewegung des Kopfes gegenüber dem Rumpf. Dem Gesichtsschädel werden die beiden Kiefer, der Hyoidbogen und die darin anschließenden Kiemenbögen zugeordnet. Außerdem gehören der Lippenknoppel, die Kiemenstrahlen und die Extrabranchialia zu diesem Kopfteil. Die beiden zahntragenden Kieferteile, Dorsal das Palatoquadratum als Oberkiefer und Ventral das Mandibulare als Unterkiefer, liegen unterhalb des Hirnschädels und können durch einzelne Fortsätze des Palatoquadratums im Bereich der Nase und der Augenhöhlen mit diesem verbunden sein. Die einzelnen Kieferäste sind über eine Symphyse beweglich miteinander verbunden. Eine gelenkige Verbindung der Kiefer mit dem Hirnschädel besteht bei den meisten Haien indirekt über das Hyomantibulare im Bereich der Ohrkapseln. Wodurch eine hohe Beweglichkeit des gesamten Kiefers erreicht wird, die einzelnen Kieferteile lassen sich unabhängig voneinander absenken und vor- und zurückschieben. Bei dem Kragenhai und vielen fossilen Haien liegt der Oberkiefer dagegen breit am Hirnschädel an und ist zweifach über das Palatoquadratum und das Hyomantibulare mit diesem verbunden. Die Wirbelsäule bildet das Achsenskelett der Haie. Sie besteht aus einer wechselnden Anzahl von santurförmigen Wirbelkörpern, die von 60 Einzelwirbeln bei dem Zwergdornhai bis 477 bei den Fuchshaien reichen kann. Dabei liegt die Anzahl der Wirbel in der Rumpfwirbelsäule zwischen 44 beim Zwergdornhai bis etwa 150. Die Anzahl der Schwanzwirbel kann von 12 beim Zwergdornhai bis zu mehr als 300 in der stark verlängerten Schwanzflosse der Fuchshaie reichen. Bei einzelnen Arten variiert die Anzahl auch zwischen verschiedenen Populationen, so etwa beim Dornhai. Dessen atlantische Population 79 bis 85 und die pazifische Population nur 68 bis 76 Rumpfwirbel besitzt. Ab etwa dem Beckengürtel kommt es bei den Haien und einzelnen Rochen zu einer Verdopplung der erkennbaren Knorpel-Elemente der einzelnen Wirbelkörper, durch die die Beweglichkeit des Schwanzstilts und der Schwanzflosse erhöht wird. Gebisshaie besitzen nachwachsende Zähne, hinter der ersten Zahnreihe wachsen mehrere Reihen von Zähnen nach. In einem Heileben können das bis zu 30.000 Zähne sein. Bricht in der ersten Reihe ein Zahn ab, rückt ein neuer Zahn nach, ebenso wie in einem Revolver eine neue Kugel in der Kugeltrommel nachrückt. Haie verlieren beim Angriff auf Robben und Fische oft zahlreiche Zähne. Bei Haifischzähnen handelt es sich um modifizierte Plaswajuppen, die eine zentrale Höhlung mit der Zahnpulpa enthalten. Ummantelt von Dentin und einer harten Oberfläche aus Zahnschmelz. Die Form der Haifischzähne hängt von den Ernährungsgewohnheiten der jeweiligen Art ab. Arten, deren Ernährung auf Muscheln und Krebstiere ausgerichtet sind, haben abgeflachte Zähne zum Zerkleinern. Diejenigen, die sich durch Fische ernähren, haben nadelartige Zähnen zum Greifen. Haie, die größere Beutetiere jagen, verfügen über dreieckige Zähne mit gezackten Rindern zum Schneiden. Die Zähne der Planktonfresser, wie dem Riesenhai, sind stark reduziert und nicht funktionsfähig. Neue Zähne werden ständig in einer entsprechenden Vertiefung im Haimau gebildet. Deren Wurzeln werden nur durch die Haut also her flexibel fixiert. In dieser Haut rücken die laufend neu gebildeten Zähne jeweils um eine Position vor. Die Wurzel des Haifischzahns besteht aus der Basallippe, einer v-förmigen Einbuchtung zwischen den Wurzellappen. Daran grenzt das Borelit an ein Dentalbend, das ein dreieckiges Gebiet aus sehr dünnem Schmelz zwischen Krone und Wurzel bildet. Oberhalb des Borelits befindet sich die Zahnkrone, die Zacken aufweisen kann. Die Zahnreihen werden entlang der Linie des Kiefers gezählt, während die Serien der Zähne von der Vorderseite des Kiefers nach innen gezählt werden. Eine einzige Zahnreihe umfasst eine oder mehrere funktionelle Zähne an der Vorderseite des Kiefers und mehrere dahinter liegende Ersatzzähne. Beispielsweise können die Kiefer eines Bullenhais 50 Zahnreihen in 7er Serie enthalten. Die kleinen Zähne an der Symphüse, wo die beiden Hälften des Kiefers zusammentreffen, werden in der Regel getrennt von den Hauptzähnen auf beiden Seiten gezählt. Wird auch Sharkstooth Capital of the World genannt, in der jedes Jahr das Sharkstooth-Festival stattfindet. Während die Knochenfische Elasmoid- oder Garnoidschuppen tragen, haben die Haie sogenannte Plaswajuppen, die im Revolvergebiss als Zähne beginnen und sich vom Maul über den ganzen Körper ausbreiten. Die Zähne verkleinern sich und werden als Hautzähnchen fortgesetzt, die bei den Haien im Gegensatz zu den Rochen eine fast vollständigen Körperumhüllung bilden. Die Haieschuppen sind so ausgerichtet, dass sich die Haut glatt anfühlt, wenn man dem Hai vom Kopf zum Schwanz über den Rücken streicht. Umgekehrt fühlt sich die Haut rau an. Des Weiteren verfügen die einzelnen Schuppen über eine Rillenstruktur, die sich nahtlos über den gesamten Haikörper erstreckt. Die Rillenstruktur verringert den Oberflächenwiderstand. Durch die Rillen entstehen viele kleine Wasserwirbel. Diese verringern die seitlich gerichteten Kräfte der turbulenten Strömung und setzen die Reibungswirkung herab. Dieser Effekt funktioniert jedoch nur beim schnellen Schwimmen. Beim langsamen Schwimmen sind glatte Oberflächen günstiger. Der Haihaut-Effekt zählt neben dem Lotus-Effekt zu den bekanntesten Erkenntnissen der Bionik. Der Effekt wird zur Verringerung des Reibungswiderstands und damit des Treibstoffverbrauchs für Schiffe, U-Boote und Flugzeuge genutzt. Die Augen eines Haies sind zehnmal lichtempfindlicher als die eines Menschen und die meisten Haiharten sind wahrscheinlich farbenblind. Durch die an den Kopfseiten befindlichen Augen kann fast in alle Richtungen beobachtet werden. Bei Angriffen schützen Haie ihre Augen durch eine Nickhaut, die sich wie ein Augenlid schützend vor das Auge schiebt. Oder durch Verdrehen der Augen nach hinten. Die Zahl der Stäbchen überwiegt, was die Sehfähigkeit bei schlechten Lichtverhältnissen erhöht. Eine weitere Anpassung an das Dämmerungslicht wird durch das Tapitum lucidum erreicht. Dieses besteht aus einer Schicht winziger spiegellähnlicher Kristalle. Da es hinter der Netzhaut liegt, wirft es das durch die Netzhaut gelangte Licht wieder auf die Rezeptoren zurück. Die Geruchsorgane der Haie liegen seitlich vorne an der Schnauze. Das Riechzentrum kann bis zu zwei Drittel der Gehirnmasse ausmachen. Haie können so Blut in milliardenfacher Verdünnung wahrnehmen. Der Hai wittert seine Beute schon aus großer Entfernung, auch wenn kein anderer Sinnesreizinformationen liefert. Durch ständige Kopfbewegung folgt er dieser Geruchsspur bis zum Ziel. Sogenannte Schneiderschäfalten kanalisieren das einströmende Wasser so, dass die Nasengruben ständig von Wasser umspült werden. Eine Nasengrube ist durch eine Membran nochmals in zwei Abschnitte unterteilt, je eine für ein- und ausströmendes Wasser. Die innere Oberfläche ist gefaltet, wodurch die rezeptive Fläche vergrößert wird. Selbst ein blinder Hai findet so zielsicher sein Futter. Die Geschmacksknospen befinden sich im Gaumenbereich. Der Hai entscheidet beim Beißen, ob eine Beute genießbar ist oder wieder ausgespuckt wird. Über die gesamte Haut des Heiß bis auf die Augen und die Flossen sind auch Geschmacksknospen verteilt. Durch Anstupsen und Reiben an einer Beute kann daher ebenfalls der Geschmack wahrgenommen werden. Das Gehör ist einfacher ausgeprägt als bei Landhieren. Die Ohren befinden sich an beiden Seiten des Gehirnschädels, von außen ist nur eine kleine Pur sichtbar. Haie reagieren im Bereich der niederfrequenten Töne, also unter etwa 600 Hertz und hochempfindlich auf pulsierende Schwingungen im 100 Hertz Bereich, wie sie von kranken oder verwundeten Tieren produziert werden. Haie können tiefere Frequenzen hören als Menschen. Bereits Schallwellen ab 10 bis 800 Hertz werden wahrgenommen. Das Gehör ist auch für den Gleichgewichts- und Orientierungssinn wichtig. Das Seitenlinienorgan der Haie verläuft von der Kopfregion bis zur Schwanzspitze und dient, wie bei allen Fischarten, dazu, kleinste Schwingungen und Druckunterschiede im Wasser festzustellen. Es enthält in Galate eingebettete Sinneszellen. Diese können Wasserbewegungen in seiner nächsten Umgebung, also Druckunterschiede entlang der Körperfläche registrieren. Haie können zudem elektrische Felder wahrnehmen, die andere Lebewesen durch Herzschlag, Muskelbewegungen oder Hirnströme generieren. Die Elektrosensoren der Haie sind die Lorenzini-Schen-Ampullen. Haie sind auch empfindlich gegenüber dem Magnetfeld der Erde, das sie zum Navigieren benutzen. So können sie nach Abwesenheit in bestimmte Regionen wieder zielgenau zurückkehren. Haie können ihren Salzhaushalt hormonell steuern. Ihre Körperzellen enthalten wie bei den meisten Säugetieren eine geringe Konzentration an Salzen. Sie sind allerdings isoosmolar mit dem sie umgebenden Meerwasser und gehören zur Gruppe der Osmoconforma. Um das Eindringen von Salzen aus dem Meereswasser zu verhindern, lagern sie vermehrt Harnstoff, Trimethylaminoxid und andere Stoffe in ihren Zellen ein. Das TMAO dient dazu, die schädliche Wirkung des Harnstoffes auf die Zellen abzuschwächen. Der Harnstoff wird in den Nieren durch aktiven Transport wiedergewonnen. Um ihre niedrige Salzkonzentration aufrecht zu erhalten, geben sie Salz ins Meerwasser ab. Dafür besitzen sie Chloridzellen in den Rektaldrüsen, die nach dem gleichen Prinzip funktionieren wie in den Salzdrüsen der Meeresvögel. Haie sind Knorpelfische und somit relativ leichter als Knochenfische. Sie haben eine große, ölhaltige Leber, die ihnen einen gewissen Auftrieb gewährt. Sie besitzen aber keine Schwimmblase, so dass Hochseehaie stets in Bewegung bleiben müssen, um nicht abzusinken. Verbreitung und Lebensraum Die verschiedenen Haierarten sind in allen Weltmeeren und allen Marinen Lebensräumen anzutreffen. Sie werden oft in Küstennähe gesichtet, da dort Nahrung im Überfluss vorkommt. Sie leben aber außer in flachen Küstengewässern auch in der Hochsee sowie in der Tiefsee. Dabei sind einige Arten sehr stark auf das Leben am Meeresboden spezialisiert, während andere meist große Arten das Freiwasser bevorzugen. Lebensweise Fortpflanzung Anders als die meisten Fischarten haben Haie ein sehr langsames Wachstum und erreichen teilweise erst mit 30 Jahren die Geschlechtsreife Einige Arten bringen dann nur alle zwei Jahre wenige Junge zur Welt, haben somit nur eine äußerst langsame Reproduktionsrate. Paarungsrituale sind Schwimmen, Beißen oder gemeinschaftliches Kreisen. Eierlegende Haie legen ihre Eier, die zum Schutzvorraubfischen von einer dicken Hülle umgeben sind, in Felsen oder Seetang ab. Im Inneren der Eier entwickeln sich die Embryos, die sich vom Dortersack ernähren. Die Jungen schlüpfen nach einigen Tagen oder Wochen und sind dann in der Natur auf sich allein gestellt. Die Reifung der Eier ist bei einigen Arten auch in künstlicher Umgebung realisierbar und wird in mehreren Seerquarien auf der Welt durchgeführt. Viele Haierarten sind lebend gebärend. Die Junghaie werden zuerst im Uterus über die Plazenta oder ein Sekret namens Uterinmilch ernährt. Bei einigen lebend gebärenden Arten wie etwa bei weißen Haien ernähren sich die Jungen auch von anderen Embryonen. Die Haijungen sind bei der Geburt so weit entwickelt, dass sie sofort überlebensfähig sind. Außer dem Menschen, der die meisten Haie tötet, haben Haie auch andere Feinde. Insbesondere kleinere Haiarten werden regelmäßig vor allem von größeren Fischen, Rochen und größeren Haien gejagt. In Küstennähe werden kleine Haie zudem von Seevögeln oder Robben gefangen. Größere Haie werden dagegen ausschließlich von Schwertwalen und von anderen Haien erbeutet. Evolution und Systematik Evolution der Haie Bereits im Erdzeitalter des Devon vor etwa 400 bis 350 Millionen Jahren tauchten erste haieähnliche Arten auf. Wie zum Beispiel der Kladose Lache. Bis 1986 entdeckte man weitere Urhaie, die im folgenden Zeitalter des Karbon lebten. Viele von ihnen hatten einen oder mehrere lange Stachel auf dem Kopf. Die Bedeutung dieser Stacheln ist noch nicht hinlänglich geklärt. Man geht davon aus, dass sie möglicherweise der Verteidigung dienten. Die Nios Elachi erschienen im unteren Jura. Der größte heute bekannte Hai war der Megalodon, der vor 15 bis 1 Millionen Jahren lebte. Da das Skelett von Haien zum größten Teil aus Knorpel besteht, findet man als Fossilien meist nur noch Zähne und Teile der Rückenflossen. Was eine genaue Erforschung der Urhaie immens erschwert. Allerdings gibt es auch einige Funde von Urhaien, deren knorpeliges Skelett unter sehr guten Bedingungen komplett erhalten blieb. Fossile Heizhine waren seit Jahrhunderten bekannt und als Amulett beliebt, doch erst in der frühen Neuzeit gelang es ihre wahre Herkunft zu klären. Systematik Die Knorpelfische lassen sich in zwei Hauptgruppen aufteilen, die sich in der Anzahl ihrer Arten sehr stark unterscheiden. Es handelt sich dabei um die ursprünglicheren Ziehkatzen mit etwa 50 rezenten Arten sowie die Elasmobranchii, die die Haie und die Rochen mit über 1100 bekannten Arten beinhalten. Unter den fossilen Knorpelfischen werden zudem die Kladose Lachiformis des Devin bis Karbon als Schwestergruppe aller heute existierenden Haie und Rochen angesehen. Die gemeinsam mit einigen weiteren ausgestorbenen Gruppen als Nioselachii bzw. Euselachii zusammengefasst werden. Die Nioselachii wurden traditionell nach der äußeren Erscheinung in Haie und Rochen gegliedert. 1996 wurden die Nioselachii von Decavalio und Shirai unabhängig voneinander nach morphologische Merkmalen in zwei monophyletische Taxa gegliedert. Die Galeomophii, zu denen vor allem große, das Freibasser bewohnende Haie gehören und die Squalei, zu denen viele Boden bewohnende Haie, Tiefseehaie und die Rochen gehören. Die Haie sind damit lediglich ein paraphyletisches Formtexen. Inzwischen gibt es allerdings mehrere molekularbiologische Untersuchungen, die eine basale Dichotomie von Haien und Rochen bestätigen. Die morphologischen Übereinstimmungen der Squalomorphenhaie mit den Rochen sind danach konvergent entstanden. Da sich die Rochen, genauso wie die modernen Haie, schon seit dem frühen Jura in der fossilen Überlieferung nachweisen lassen, wird eine Abstammung der Rochen am Endpunkt einer langen Involutionslinie der Squali auch nicht von paläontologischen Daten gestützt. In den folgenden Tabellen werden je eine Version der beiden verschiedenen Konzepte der inneren Systematik der Nios Elachi dargestellt.